Willkommen im Checkpoint Zürich. Wir sind das größte Gesundheitszentrum für queere Menschen in der Schweiz und ein Kompetenzzentrum für HIV und andere STIs. Jedes Jahr machen über 30.000 Tests auf HIV, Syphilis, Chlamydien und Gonacocken. Unsere Ärztinnen sind Profis bei Infektionskrankheiten und spezialisiert auf queere Gesundheitsfragen. Sie betreuen dich bei Fragen zu deiner Sexualität, wenn du PrEP nehmen möchtest oder auf eine sexuell übertragbare Infektion behandelt wirst. Unkompliziert, fachlich top und vertrauensvoll. Unser Team von PsychologInnen und PsychiaterInnen begleiten dich bei der Pflege deiner psychischen Gesundheit. In der Beratung für Transmenschen kannst du dich bei Fragen zu deiner Geschlechtsidentität beraten lassen. Unser Präventionsteam triffst du im Club, in der Sauna oder auf der Pride. Überall dort, wo du feierst. Ach, und keine falsche Scham. Total egal, was du im Bett zutreibst, der Checkpoint Zürich ist ein Safe Space und wir können offen über deine Fragen sprechen. Bei uns bist du immer willkommen, genau so wie du bist, egal ob queer oder hetero, hereinspaziert. Denn deine Gesundheit ist unser Job. Das ist eine gute Frage. Sie sind ein gutes Lebensverhältnis. dass du bist, die eine gute Zartes verwendet wird. So wie du bist, dass du bist, gibt es bei dir. Dann haltest du bist, die eine gute Zartes verwendet wird. So wie du bist, eigentlich gute Zartes verwendet.